Prisen und Plünderungen Das klingt nach Morgen, Kerlnoy Zur See Wird ihr zeigen, wie man sie richtig segelt Und wie man ordentliche Prisen einfährt Wir treffen euch am alten Fischerdorf Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben Ich wollte das Herstellungsmenü, scheiße Hört auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Körperfahrt teilnimmt oder sie anfühlt Das wäre eine schöne Beute Gut, dann bring uns näher Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität Und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen wirst Das verzaubert einfache Gemüte Du wirst sehen, deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten Dass du dich jeden Moment vergessen Und sie ja länger nach aufschätzen könntest Toll Dann gibts wieder was zu erbeuten Dann gibts wieder was zu erbeuten Soll ich denn hier ein Land mit Hinweisen zu Katten geschossen? Soll ich denn hier ein Land mit Hinweisen zu Katten geschossen? Und hier ist das Schiff Jaaa da freut ihr euch Ach, bei Assassin's Creed Odyssey konnte man Schiffe so schön in Grund und Boden rammen. Und das war cool. Und das war's. Was haben wir erbeutet? Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute wie ihr, auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas gefährden, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, Señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Inglés? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so still halten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt doch mal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Sperrt sie in den Frachtraum. Und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Nach einem Jahr. Super Einheit für mein Leben auszuschauen. Dann bin ich König der Karin. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt haben. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traumknabe. Nassau ist nun deine Heimat. Nicht England. Räumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hm? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Und die sind so rar wie ein ehrlicher Köp. Darf ich jetzt dort, äh, nach dem Schatz tauben? Gebiet noch nicht verfügbar. Toll. Na gut, dann müssen wir es halt lassen. Schade, 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 schade. Bloß die Frage, wann die Gebiete dann mal verfügbar sind. Ist noch nicht ganz schlüssig, warum das noch nicht verfügbar ist. Ah, da gibt es wieder ein Animus-Fragment. Da müssen wir natürlich mal anhalten. Platsch. Platsch. Das sieht immer so nah aus, und dann ist es immer so weit. Das war's schon. Cool. Da muss ich erst wieder auf die andere Seite gehen. Ist noch was? Delfine, cool. Cool. So, weiter geht's. So, komisch, da drückt man nicht mehr das Steuerkreuz nach vorn, obwohl der ja von alleine segelt. Und jetzt mal in die Bucht. lehsegel einholen klippe voraus ausweichen kapital und da gibt es wieder eine ascension auftrag einholen alle segelbergen habt ihr nicht gehört der kapitän geht schwimmen der kapitän geht schwimmen so salki bank ist das jansi hier sie haben nichts zu verkaufen so jetzt aber rumpf ausbau geil krise und plünderungen zu 90 prozent kein schlechter fang heute weiter so nassau könnte die erste stadt sein in der männer und frauen so leben wie gott sie schulen einfach und frei dazu braucht man nur ein paar tropfen blut schweiß und ein paar fetzenstoff wir tragen keine farben wir preisen deren fehlen und so steht diese schwarze flagge für nichts als unsere liebe zur freiheit der menschen die ist für dich die ist für dich sei stolz darauf die 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 So lange es König Philips Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu ködern. Genau. Also kapere und plündere frisch drauf los, Captain Canway. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Insel. Captain Überbord! Eher fahren wir hier nicht weg. Ich wollte ja auch noch unser Schiff aufmatzen. Was kann ich heute für Sie machen? Äh... Wieder einmal? Kann ich ihm helfen? Toll. Vielleicht in einem anderen Moment. Fetter Bug würde ich mal behaupten. Ja, die müssen wir da hoch. Da hoch müssen wir. Was gibt's denn überhaupt? Eine Taverne, ein Aussichtspunkt, zwei Assassinaufträge, sechs Truhen, ein Notenblatt, drei Animusfragmente und ein Geheimnis. Mach doch mal hoch da. Ach komm, du zieh dich nie. Ach ne doch, man kann weiter klettern. Seine Wunderschmack' in der Kul-Kul-Kul-Kul-Kul-Kul-Kul-Kul-Kul-Kul. Ach. Ach. da gibt es eine truhe was haben die gekreuzten Schwerter zu bedeuten? wissen wir nicht ach nu dann mach eben die leider da hoch na hey ja 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 So, alle ist. Ach da, ok, alles klar. Zack! So, jetzt feuer noch das Nötenblatt hier in der Nähe. Ok, ein Poker-Fürfe spiele. Hey, ups. Ok, das war ordentlich nötig gewesen. Doch, werle. Wegen den Truhen. Ah, die sind da doch oben. Zumindest eine. Na, schwing dich hoch. Immer dieses Ungezauber. Eigentlich sollte der zu dem Falsvorsprung springen. Das tut er natürlich nicht. Wo ist das blöde Nötenblatt? Da ist es. Yeah, geil. So muss das sein. Fisch in the sea. Wo ist das Animus-Fragment? Ach da ist es. Und ein Schatz. So, hier wieder einen Schatz. Erst die Truhe. Eine fehlt noch. Und jetzt den Schatz. Beziehungsweise die Schatzkarte. An die Stadt, die ich für beinahe zwei Jahrzehnte mein Zuhause nannte, habe ich nur gute Erinnerungen. Das ist keine Schatzkarte. Da nehme ich. So, da ist die letzte Truhe. Da gibt es noch zwei Assassinenaufträge. Und dann haben wir dieses Kaff durch. Ich dachte das war... Ach nee, Quatsch. Die Schatzkarten sind ja immer bei den Skeletten. Naja, eh Goal. Heeeee! Boah, ich dachte der springt daneben. Der Sack. Hey! Buscas Problemas, amigo? Nein, keine Probleme. So. Halt. Halt. Ja. Halt. 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 Düstere Geschäfte. Die rechte Hand eines einflussreichen Sklavenhändlers soll für einige dubiöse Geschäfte zur Matanzas-Plantage aufgebrochen sein. Findet und tötet ihn! Halt. 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 Wir sind bereit, Sir! Feuer! Feuer! Wir sind gerade noch da! Sieht schlecht aus! Sieht was für ein neues Käpt'n! Sie kann nicht mehr einstecken! Scheiße! Ah, fuck! Wenn du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern drei... Naja, bla 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 bla... ...mal höher als die Zahl der Kriegshilfe. Nein, reichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Bunnheim. Ein paar kleine Fische, um die Großen zu kökern. Genau. Also Kapere und Plündere früh drauf los, Käpt'n Kämpfer. Ähm... Tut mir leid, aber ich habe den Schiffbrüchigen nicht gesehen. Sieht was Heimlich ist langsam, da bist du so oft, ja hier bin ich diewickau! Vier ist der Schiffbrüchigen nicht... Um fatoen der Schiffbrüchigen nicht von dens Blöchstoffen. Dasoglobin 19!" In ebenfalls aus Ladies in HIV reicht nicht die Zeit, die Walken. Hier sind wir auch übersteht. H 거지 zuerst! delivers Läder bl�七. Das Zeichen macht euch bereit! Lasst uns versenken, Kenway! Wir sind zu steuern! Die werden uns versenkt wissen! Regel voraus! Eine Militärbrick am Horizont! Erschraugenang! Bist du bereit dafür, Kenway? Sie wird sicher einen guten Kampfliefer! Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Hoch da! Na genau das wollte ich hören! Ich glaube, für die Gefechte sind wir uns zu schwach! Gib das Signal! Bermatt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy-Jungs! Ebenso rasch wie Breitseiten gehen! Ich setze die Pulverfassung! Oder? Nein! Gegner feuert! Feuer! Ansteuer, Captain! Du erheißt uns in Stücke! Einiges Spiel für uns, Captain! Wir sind verschenkt! Feuer! Feuer! Vorbei! Sie jagen! Wo ist denn eigentlich unser Alternativziel hin? Feuer! 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 Bereit zum Feuern, Captain! An die Tower! Zielt! Wack! Sie wollen doch nicht die Aufschlagen! Jetzt geht es! Das ist die Aufschlagerung! Sie soll wieder! Sie sollen wieder! Jetzt geht es, Jungs! Dret es in den Arsch! Und lasst die britischen Stahl schmecken! Das war's für heute. Toll, ach nö, das ist jetzt neuer Angst. Ah, diese scheiß Schwerder waren nicht aktiviert. So, auf die Kämpfe brauche ich mich jetzt noch nie einlassen, die verliere ich permanent. Also, Karpere und Lündere und Straublos, Kämpfe. Wir schreiten jeder zu Kopf, Kämpfe. We're going down. I lure him down with a golden tin. We're going down, boys. Feuer! Dein eben, verdammt! Geht gehört, raus. Gegner, Feuer! 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 Die Trapp und Trappengeln, die sind zu stark. Feuer! Am Ziel vorbei! Ich dachte wir sind schon dort an der Ortschaft. Ich bin schon dort an der Ortschaft. Bereit zu feuern, Sir! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschickt! Schiebt! Feuer! 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 Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! 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 Ah, das kann doch nicht wahr sein, eh. So, wir machen mal einen Sprung, weil das war jetzt so ätzend wieder zurückgesetzt zu werden und so weiter und so fort. Und ich habe gerade ein Schiff aufgebracht und habe damit automatisch den Assassinenauftrag erfüllt, ohne dass ich damit gerechnet habe, dass das miteinander zusammenhängt. Gut. Okay, hier wird die Insel gleich mal bewacht. Du bist nicht gut getroffen. Du bist nicht gut getroffen. Maja-Stellen. Ah, geil. Also vier Truhen, drei Animus-Fragmente, ein Geheimnis. Ich habe nichts mit dem zu tun. Einfach weil wir es können. Ja, ich habe nichts mit dem zu tun. Äh, Sommer. Ich habe nichts mit dem zu tun. 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 Aha. Ein anderer so einen Vertreter, der auf mich schießt. Hau. Achtung! Alarm! Veni, rapido! Chicos! Segel voraus! Eine Militärbrick am Horizont! Wer ist dafür, die Brick aufzubringen? Ruft Ei! Ei! Na, genau das wollte ich hören! Gib das Signal! Bermatt die Kanonen! Vorsicht mit der Navy, Jungs! Sie können ebenso rammen wie Breitseiten geben. Hey du Idiot! Ah! Dreckzack. Huh. Ne! So wird das nämlich gemacht. Ne, um uns mit den spanischen Schiffen anzusetzen, sind wir noch deutlich zu schwach, äh anzulegen, sind wir noch deutlich zu schwach. So, holen wir uns die Truhe. Da hinten steht sie. Und jetzt dieses, äh, Animus-Fragment. Wenn der Kollege mal da hochkl... Klettere doch mal da hoch. Oh, nein. Ja, genau. Unglaublich, dass wir das heute noch hinkriegen. Na, endlich. So, überschaffen wir. Verschaffen wir uns mal einen Überblick. Halt! Oh, sehr schön. Nr. 2 Nr. 2 Nr. 2 Nr. 3 Hahahaha. Und schön ging auf Fliegen. klack die Schnittverstärkung holen ja, geht doch mal lasst doch mal diese scheiß Leiter in Ruhe so, jetzt kannst du die Leiter hochklappern das ist nicht dein Ernst ha es aber ja 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 sooo da drüben geht's weiter ja 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 und zack ja groben yes ah noch ein schlüsselstein ja ein geheimnis haben wir noch da ist es ein brief ein ganz geheimer brief ein ganz geheimer brief ein streng geheimer brief ein streng geheimer brief ach ja was ich noch sagen wollte also sich jetzt mit der spornischen flotte anzulegen macht null sinn so viel zeit muss sein so viel zeit muss sein da sind wir einfach zu schwach ist einfach so leider mir krabbelt die nase so 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 einen händler gibt es ja hier nie bei dem wir das schiff aufrüsten lassen können ah zack es schmerzt mich wenn ich meine gefühle bei meinem abschied von Boston und meinen geliebten Eltern denke die mich so gut erzogen hatten denn denn im rückblick denke ich ich hätte melancholisch sein sollen oder zumindest ängstlich doch mein zuhause in so jungen jahren zu verlassen erwies sich als eine der größten freuden meines lebens nie zuvor und nie danach hatte ich eine solche umarmung der freiheit gespürt und doch war nicht alles bei meinem abschied erfreulich denn zu dieser zeit waren die stimmen in mir sehr stark als flüsterte mir ein mann ins ohr diese stimmen waren weder unheilvoll noch hinderten sie den anderen mann in mir daran erwachsene beziehungen zu führen doch anders als die träume die mich des nachts oder als tagträume heimsuchten kamen die stimmen zu zeiten an denen sie mich von meinen anderen tätigkeiten ablenken tag und nacht über kamen sie mich ohne provokation und obwohl sie nicht konstant erklangen kamen sie sicherlich mit hoher regelmäßigkeit das merkwürdigste jedoch war dass sie sich wie erinnerungen anfühlten es gab auch zeiten in denen ich glaubte meine eigene stimme darunter zu vernehmen war es möglich dass ich konversation aus einem früheren leben hörte konversationen erinnerungen an personen die ich kannte erinnerungen erinnerungen an vergangene verpflichtungen im nächsten schreiben werde ich von denen vielleicht in irritierendsten konversations schnipseln berichten mein gott so das hatten wir letztens gefunden an die stadt die ich für beinahe zwei jahrzehnte mein zuhause nannte habe ich noch gute erinnerungen posten war ein ort von großer schönheit und frieden mein vater war schuster von berufen meine mutter führte einen einfachen haushalt und erzog mich so gut sie konnte gemeinsam lebten wir an der südküste bei den werften wo die großsegler kamen und gingen und alle arten von waren in und aus dieser jungen kolonie brachten ich entsinne mich dass ich von diesen schiffen und den abenteuern die sie versprachen stets fasziniert war und ich saß nicht aus langeweile oder um ablenkung zu finden an so vielen morgen an den docks um sie aus fernen gestaden in den hafen einfahren oder ausfahren zu sehen bis ihre segel mit dem horizont verschmolzen wie in einem traum ich fragte mich damals was wohl hinter dieser dünnen azurblauen linie liegen möge und diese frage wurde bald zu meiner berufung ich wollte reisen ich wollte entdecken also wusste ich schon in diesen jungen jahren dass in mein leben dass ich mein leben nicht in boston verbringen würde sondern nah und fern auf der suche nach der quelle der seltsamen geheimnisse die in mir lagen absuchen würde doch davon berichte ich in einem weiteren schreiben ein andermal lass dir jedoch gesagt sein dass eine zeitlang sehr zufrieden war und meine eltern sehr liebte dass ich eine zeitlang zufrieden war gut matanzas abgeschlossen ja wie gesagt einen händler gab es ja hier nicht na 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 na